Alle haben dasselbe Ziel. Eigentlich. Nur, wie soll man jemals ankommen, wenn jeder nur an sich denkt? Genau dafür gibt es Lean Management. Klingt kompliziert? Nichts für den Bau oder die Baustelle? Lauter fachchinesisch? Dabei ist es ganz einfach. Auf einer Baustelle nennt sich das Ganze Lean Construction und läuft so ab. Schritt 1. Alle Vertragspartner eines Projekts werden zusammen in ein Boot geholt. So werden Transparenz und Kommunikation gewährleistet. Schritt 2. Bei der Lindner Group wird das Lean-Projekt gemeinsam von hinten nach vorne aufgerollt. Die sogenannte Pull-Planung. Hier geht man tiefer ins Detail und teilt die große Baustelle nochmal in viele kleine auf. Sogenannte Losgrößen. Schon kann's eigentlich losgehen. Der wichtigste Schritt ist die Taktgesprechung auf der Baustelle. Damit wir nichts vergessen, wird täglich aufs Neue besprochen, welche Ziele bereits erreicht wurden und was heute noch passieren soll. Mit Lean Construction weiß jeder genau, was er wann zu tun hat. Störungen werden gemeinsam besprochen und dadurch schnell behoben. So können Termine und Qualitätsziele sichergestellt werden. Kurzum, man schafft smarte Abläufe und glücklichere Kunden. Durch die richtige Planung gelangen schließlich alle zusammen sicher ans Ziel. Na, überzeugt? Sprechen Sie uns an, um mehr zu erfahren. Hot! Hot!